Hey Freunde, damit kommen wir zum Season Woche 8 Auftrag Zerstöre 5 Gebäude mit einem einzigen Schuss des Sägeblattwerfers Ich zeige euch mal kurz, wie ihr das ganz schnell erledigen könnt Den Sägeblattwerfer finden wir natürlich hier oben beim Sägewerk Dort begeben wir uns dann erstmal hin Aber passt ein bisschen auf, ich empfehle euch, macht das einfach etwas später in der Season Da dort zur Zeit ziemlich viele Leute mit runter gehen So, dann haben wir hier das Sägewerk, laufen wir kurz rein Laufen wir hier in die Haupthalle, zack Und dann haben wir hier auch den Sägeblattwerfer an der Wand Den schnappen wir uns jetzt hier einfach Nimmt uns den Zweiten gleich noch als Sicherheit mit So, dann empfehle ich euch, lauft hier einfach raus Hier zum Tor Und dann hier einfach raus So, dann empfehle ich euch Schießt einfach so oben in die Ecke Dass ihr drei Teile mit Mal erwischt So wie jetzt in diesem Fall Zack So, und wie ihr seht Ist der Auftrag dann damit auch schon abgeschlossen Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip Ciao